Ich habe sie einfach nicht zu fest abgestellt, Geld. Deswegen ist sie kaputt gegangen. Was geht, Freunde da aus, man denkt, herzlich willkommen in Switch Reward, let's rocken. Okay, das ist auch mal neu. Oh, weh. Was für ein Lachen, das ist nur wegen Autofahren oder was? Liebe unser Auto. Ja. Das sind Herr Bulle und seine Freunde. Deswegen wird keine Baustelle fertig, ich verstehe. Hallo Herr Bulle, was gibt's? Wir reißen die Straße auf. Ach so, wird auf dem Bauhaltschuh gearbeitet. Straßenbau ist ja selber. Junge, der ist aber statt, der gut ist ein Bulle. Oh oh. Och, ich hab's geahnt. Jetzt gehört sie keine Mucke mehr, damit ist die Schicht zu Ende. Adventskalender, das heißt, jeden Tag kommt ein Video. Das wären 24 anstrengende Tage. Leute, wir zertrümmern das alte Rohr. Oh, so funktioniert das. Ich hab einfach gedacht, die machen Schwung und preiken da rein. Herr Bulle ist gut im Zertrümmern. Hä, das war doch nicht mal ein Bulle. Tee-Pause. Die haben kaum was gemacht und mach reifer Tee-Pause, während dann noch welche stehen und warten. Hä? Jetzt machen die mit Tee-Pause. Vor allem die kleinen Stühle, Alter. Was ist das für eine dumme Scheiße? Ja, das würde ich mir jetzt auch denken, als Mitarbeiter der Arbeiterschaft. Und dann setzen die sich einfach mit da hin und machen mit Tee-Pause. Es gibt genug Tee für alle. Ach ja? Ich glaub, das war's dann mit dem Tee. Ich schei's mich ein. Da war auch nicht mal mehr Tee drin. Ja, das ist ja egal. Oh, weh. Herr Bulle ist... Das hätte Glanz und Guckoo sein können. Du bist gut im Zertrümmern. Ja, das hat man gesehen. Wir reißen die Straße auf. Wieso, weil du der Tee-Kanne kaputt gemacht hast? Gut, macht natürlich Sinn. Und wo gut? Besser als einen in die Schnauze zu hauen. Oh, nein. Wie kann man sich so freuen, weil jemand da den Boden reinhämmert, Alter, mit seinen Stängeln? Ich habe sie einfach nicht zu fest abgestellt. Wild. Deswegen ist sie kaputt gegangen. Ach, deswegen gehen bei mir alle Tassen kaputt. Ich verstehe. Ich habe viel Kraft. Tja, Papa Putz, das war's wohl für dich. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, Frau Mümmel hat einen Porzellalladen. Die könnte sie... Ah, Porzellal muss ich mir auch immer Neues kaufen. Kleben. Mehl kleben. Mehl? Was? Mehl kleben? Idee, Mama. Versuch mal, Mehl zusammen zu kleben. Gut, bisschen Wasser drauf. Schon nach Salzbälle... Äh, Mehlbälle. Wir gehen sofort los. Können wir auch los, Suß kommen? Ja, ich komme auch immer los, Suß. Du willst doch jetzt nicht mit dem Ding da hinfahren. Nur zu. Was? Oh, Mama. Die steigen einfach alle da hin, Alter. Die Mama Putz, Alter. Von Sitzung kommt. Ach Mann, jetzt kommen. Das ist doch scheiße geil. Oh, gut. Okay. Wir schauen eben morgen wieder rein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like damit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann nicht abonniert. Die sind verabschiedet. Ich bin damit raus.